Neugier ist die Quelle von Innovation. Nur wer neugierig ist und auch mal Dinge hinterfragt oder beobachtet, wie machen denn andere das oder wie könnte es denn besser gehen, nur dadurch kann man Ideen gewinnen. Gerade wenn wir jetzt über Trainings im Rahmen von Digitalisierung sprechen, was manchmal auch eine Herausforderung, manchmal auch eine gefühlte Überforderung für die Teilnehmenden sein kann, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man da eine gewisse Ruhe ausstrahlt. Man muss ja nicht alles im Detail technisch selber so bauen können, wie das aussieht, aber man muss es anwenden können und damit ist Anwendungsfreundlichkeit, Bedienungsfreundlichkeit das Wichtigste, was wir mit Digitalisierung für die Menschen erreichen müssen. Nur weil ich erklärt bekommen habe, wie ich eine Technik bediene, habe ich noch nicht verstanden, was sie mir bringt. Homeoffice oder diese neuen Arten zu arbeiten lernen bleiben. Und damit ist diese Selbstdisziplin zu trennen und sich Erholungsphasen und Arbeitsphasen klar einzuteilen und zu gönnen und sich darüber bewusst zu sein, das ist extrem wichtig. Das ist richtig. 2 1 2 3 3